So, wir müssen unbedingt reagieren, Paleface hat ein neues Musikvideo gedroppt, Lay With Me, My Grave, super geiler Song von dem aktuellen Album, da hören wir mal direkt rein, den Song kenne ich und der ist richtig gut, richtig gut, bin ich mal sehr gespannt, let's go, der hat so eine geile Stimme, der Typ. To you, all the shit you have been through, all the pain you find was true and all the tears you cried, oh fuck, come on man, you got this, even though it hurts, yeah, I'm so afraid, I'm not sure if this shit is real, I'm not sure what I should do or how I should fucking feel, I'm not sure if I'll ever make it out of this, cause I don't know what will happen after I let go of it, I'm not sure if I'll ever be able to tell you what I have done to you, just to cover up and be up going to something that no one wants to, yeah, but I've been through before and now they wanna do this separate again, so I lied to you, I never told you the truth, even though I know I'm half to, you wanted the truth, yeah, I'm trying to, I'm trying to lack of everything, but it's hard to accept the mistakes that I did at that time where I thought I need everything, oh fuck, I don't know how I was able to hurt you like that, I don't know how I was able to fuck everything, I'm like that, he the more doubtless ass about that, he wanted a lot more to fucking hold on, he doesn't À ASM, He's double-BIGIENGEEGEEGEEGEEGEEEGEEGEE Lowerland, I still don't know how to close its eyes I need little immediate backINGS, that had to choke it, I thought I wore back rooms I got six or two hours I had knell to do something, thyCpts, I never went out to make use between my two hours of 11,7,4-9,9,9,9,9,9,9-9,950 the half hours I got in the back for a forever then. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nala-Song. Großartig. Richtig gut. Richtig gut. Ich feiere den sehr, den Song. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den nochmal neu gemixt oder aufgenommen haben sogar. Ich hatte das Gefühl, dass der sich ein bisschen anders angehört hat als auf dem Album. Müsste ich aber jetzt tatsächlich nochmal kreuz hören. Sehr schön. Tolles Video. Toller Song. Super emotional. Der Typ hat einfach eine geile Stimme. Und ja, ich feiere Paleface einfach Wahnsinn. Eine meiner Meinung nach der stärksten Bands aktuell, die es so gibt und die sehr viel Freude bereiten. Hört auf jeden Fall mal rein. Lasst ein bisschen Liebe da. Paleface, Swiss. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Richtig coole Boys. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich dieses Jahr sehr drauf, die Live zu sehen. Ticket ist schon geholt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.